Zwei Jungs. Warten auf den Mittag. Tatsächlich. Schön geduldig. Meinte. Verschwindest du wieder? Schauen wir mal an, ob sie gut gelohnt ist. Gut gelangt. Heute für den Mittag. Ja, guck noch. Die ist schon um die Ecke. Ja, schnell um die Ecke. Hä? Ja, meine Ecke. Ja, meine Ecke. Hä? 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 Ja, meine Ecke. Hä? Hä? Ä Darren. Hä? Ja? �� Was ist denn? Bist du verschrocken? Maus. Wie kann man nur so verschrecken? Also Föckerli. Ich habe ja ein schreckhaftes Mäusli. Ich habe ja ein schreckhaftes Mäusli.